Das Kelvin ist die SI-Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur und zugleich gesetzliche Temperatureinheit. In vielen europäischen Ländern gilt daneben auch das Grad Celsius als gesetzliche Einheit für die Angabe von Celsius Temperaturen und deren Differenzen. Dabei entspricht eine Temperatur von 0 Grad Celsius umgerechnet 273,15 K. Der Zahlenwert eines Temperaturunterschieds in den beiden Einheiten Kelvin und Grad Celsius ist gleich. Das Kelvin wurde nach William Thomson, dem späteren Lord Kelvin, benannt, der im Alter von 24 Jahren die thermodynamische Temperaturskala einführte. Die Temperaturdifferenzangabe Grad ist durch das Kelvin abgelöst worden. Bis 1967 lautete der Einheitenname Grad Kelvin, das Einheitenzeichen war Grad K. Definition Das Kelvin wurde durch die Generalkonferenz für Maß und Gewicht zum ersten Mal 1954 damals als Grad Kelvin und in der heute gültigen Form erneut, 1968 definiert und als SI-Basiseinheit festgelegt. Das Kelvin, die Einheit der thermodynamischen Temperatur ist der 273,16 Te Teil der thermodynamischen Temperatur des Trippelpunktes des Wassers. Gemeint ist hier reines Wasser. Dessen Isotopenzusammensetzung sich an wie eine Standard Minoschen Water orientieren sollte und dessen Trippelpunkt bei 0,01 Grad Celsius liegt. Durch diese Festlegung wurde erreicht, dass die Differenz zwischen zwei Temperaturwerten von einem Kelvin und einem Grad Celsius gleich groß sind und gleichwertig verwendet werden können, weil er gibt. Der Nullpunkt der Kelvin-Skala liegt im absoluten Nullpunkt bei minus 273,15 Grad Celsius. Diese Temperatur ist jedoch nach dem Nernst-Schen-Wärmesatz weder messbar noch erreichbar, da Teilchen bei 0 K keine Bewegungsenergie hätten. Die Verbesserungen der Messtechnik machten die Reproduzierbarkeit der beiden Fixpunkte, Gefrier- und Siedepunkt von Wasser zum Problem. Vor allem der Siedepunkt ist stark vom Luftdruck abhängig, der seinerseits von der Höhe über dem Meeresspiegel und dem Wetter abhängt. Der Trippelpunkt einer Substanz ist hingegen eine gleichbleibende Stoffeigenschaft, das heißt, wenn sich die Substanz an ihrem Trippelpunkt befindet, hat sie stets dieselbe Temperatur und denselben Druck. Dabei kommt es jedoch nicht nur auf ihre chemische Reinheit, sondern auch auf ihre Isotopen-Zusammensetzung an. Man ging deshalb 1954 dazu über, die Temperaturreichung nur noch über einen einzigen Fixpunkt, den Trippelpunkt des Wassers, vorzunehmen. Dieser ist leicht und eindeutig reproduzierbar, da Wasser nur am Trippelpunkt gleichzeitig fest, flüssig und gasförmig ist. Für die Praxis relevant ist, dass der Wassertrippelpunkt einer der Temperaturfixpunkte ist, die am besten bekannt sind und sich am genauesten darstellen lassen. Der Druck beträgt am Trippelpunkt 6,105 Millibar die Temperatur 0,01 Grad Celsius. Zusammen mit dem absoluten Nullpunkt kann dadurch die absolute Temperaturskala definiert werden. Die Temperatur in Kelvin beginnt bei 0 K am absoluten Nullpunkt. Der Trippelpunkt des Wassers hat 273,16 K. Es gilt, Wasser gefriert also bei T ist gleich 273,15 K und siedelt bei T ist gleich 373,15 K. Eigenschaften Das Kelvin wird vor allem in der Thermodynamik, Wärmeübertragung und allgemein in Naturwissenschaft und Technik zur Angabe von Temperaturen und Temperaturdifferenzen verwendet. Mit der Kelvin-Definition ist zugleich die Temperatur des Trippelpunktes von Wasser, speziell des Viennisch-Standard-Nin-Ocean-Water festgelegt, und zwar auf den Wert 273,16 K. Die Schmelzpunkt-Temperatur des Wassers bei Normalbedingungen ist dagegen um ca. 0,01 K verschoben. Sie liegt auf der Kelvin-Skala bei ca. 273,15 K. Die Temperatur wird durch diese Definition mit der Energie, das heißt dem Energiegehalt eines Körpers oder Systems, verknüpft und heißt daher thermodynamische Temperatur. Enthält ein physikalisches Objekt keine Energie, dann hat es die Temperatur 0 K und befindet sich somit am absoluten Nullpunkt. Wenn der Zahlenwert einer Temperatur auf der Kelvin-Skala mal so groß ist wie der einer anderen Temperatur, so ist der Energiegehalt bei mal so hoch wie der bei. In atomistischer Sicht kann man sagen, dass bei der Kelvin-Skala die mittlere kinetische Energie der Teilchen proportional zur Temperatur ist. Das heißt eine doppelte kinetische Energie entspricht einer doppelten Temperatur. Ein weiterer Zusammenhang leitet sich aus der Maxwell-Boltzmann-Verteilung ab. Eine Verdopplung der Temperatur auf der Kelvin-Skala führt bei idealen Gasen zu einer Erhöhung der Teilchengeschwindigkeit im quadratischen Mittel um. Den Faktor Geschichte Die Teilungen der von William Thompson vorgeschlagenen absoluten Temperatur-Skala trugen zunächst die Bezeichnung Grad A. Im SI-Einheitensystem galt von 1948 bis 1968 Dikasekunden Grad K als Temperatureinheit. Außerdem wurden im genannten Zeitraum Temperaturdifferenzen abweichend von Temperaturangaben in DEG angegeben. Die Verwendung dieser alten Einheiten ist heute in Deutschland nicht mehr zulässig. Bereits 1948 wurde durch die CGPM eine absolute thermodynamische Skala mit dem Trippelpunkt des Wassers als einzigem fundamentalen Fixpunkt festgelegt, aber noch nicht mit der Temperatur verknüpft. Die stetig verringerten Unsicherheiten bei der Messung der Temperatur des Wassertrippelpunktes machten es im 21. Jahrhundert möglich, den Einfluss der Isotopen-Zusammensetzung auf den Trippelpunkt des Wassers zu bestimmen. Die notwendige Präzisierung der Definition des Kelvinsch erfolgte 2005 beim 94-Treffen des CIPM, wonach als Bezugspunkt gereinigtes Standard-Ozeanwasser verwendet werden sollte. Der Wortlaut der Kelvin-Definition ist jedoch nicht geändert worden. Die Trippelpunkt-Temperatur ist zur Kalibrierung von Temperaturmessinstrumenten für andere Temperaturbereiche unhandlich. Dafür existiert seit 1990 die ITZ-90. Sie verzeichnet mehrere auf über einen großen Temperaturbereich hin verteilte Referenzwerte, zum Beispiel wohl definierte Schmelzpunkte. Der Trippelpunkt des Wassers ist auch hier zentraler Bezugspunkt. Angestrebte Neudefinition Wie bei allen S-Einheiten angestrebt, soll auch das Kelvin zukünftig unabhängig von Materialien definiert, also auf Naturkonstanten zurückgeführt werden, wie das zum Beispiel beim Meta inzwischen der Fall ist. Daher wird an einer Neudefinition des Kelvin gearbeitet. Dieses internationale Projekt, bei dem beispielsweise die Physikalisch-Technische Bundesanstalt das Arbeitspaket für die primäre Thermometrie für niedrige Temperaturen leitet, wird auch im Rahmen internationaler Konferenzen bzw. Workshops zu diesem Thema weiterentwickelt. In der zukünftigen Definition wird das Kelvin wohl durch die Festlegung der Boltzmann-Konstante dadurch festgelegt, dass ein Kelvin der Änderung der thermodynamischen Temperatur um die Energie entspricht, die dem Zahlenwert von K entspricht. Derzeit ist für eine Festlegung der Boltzmann-Konstanten deren relative Unsicherheit noch zu groß. Die Arbeiten durch eine komplett unabhängige Messmethode jenseits der etablierten akustische Gasthermometrie etwaige systematische Fehlerquellen auszuschalten laufen. Für das Jahr 2017 wird eine ausreichend große Genauigkeit erwartet. Farbtemperatur Hauptartikel Auch die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben. Sie ist in der Fotografie und zur Charakterisierung von Lichtquellen wichtig. Die Farbtemperatur gibt die spektrale Strahldichte Verteilung eines schwarzen Strahlers an, der die Temperatur ist gleich Farbtemperatur hat. Bei Glühstrahlern mit Wellenlängen abhängigem Emissionsgrad sowie bei nicht-thermischen Lichtquellen weicht die Farbtemperatur von der Temperatur des Strahlers ab. Nach dem Wien-Schen-Verschiebungsgesetz ist die Wellenlängenverschiebung des spektralen Strahlungsmaximums proportional zur Temperaturänderung in Kelvin. Verhältnispyrometer nutzen diesen Zusammenhang zur Temperaturmessung eines Körpers zu dessen Emissionsgrad unabhängiger Temperaturmessung aus. Voraussetzung ist, dass es sich im Empfangsbereich um einen grauen Strahler handelt. Ha, dass er bei beiden Empfangswellenlängen den gleichen Emissionsgrad besitzt. Temperatur und Energie Häufig ist es wichtig zu wissen, ob eine energetische Barriere allein aufgrund von thermischen Fluktuationen überwunden werden kann. Die Wahrscheinlichkeit zur Überwindung der Barriere gibt die Boltzmann-Verteilung an, wobei die Boltzmann-Konstante ist. Eine Barriere wird faktisch nie überwunden, bei wird sie leicht überwunden und bei wird die Barriere quasi nicht wahrgenommen. Der Einfachheit halber gibt man Energien deshalb oft in Kelvin an oder Temperaturen in energetischen Einheiten wie Joule oder Elektronenvolt. Die Umrechnungsfaktoren sind dann. Dies soll am Beispiel des Wasserstoffmoleküls verdeutlicht werden. Ab welcher Temperatur rotiert das Wasserstoffmolekül? Die Rotationsenergie für Wasserstoff ist, wobei die Rotationskonstante und die Rotationsquantenzahl ist. Um das Molekül vom nicht rotierenden Zustand zu überführen, braucht man die Energie. Dies entspricht 175 K. Wasserstoff rotiert also bei Raumtemperatur schon ganz beträchtlich. Ab welcher Temperatur schwingen die Wasserstoffatome gegeneinander? Die Energie, die benötigt wird, um Wasserstoff in den ersten Schwingungszustand zu befördern, ist. Punkt. Wasserstoffmoleküle beginnen also erst bei sehr hohen Temperaturen von 5980 K Schwingungen auszuführen. Siehe auch. Tabellen. Temperaturumrechnung Temperaturvergleich Präfixe Bei Temperaturangaben sind Präfixe relativ unüblich. Für kleine Werte können MK, MikroK und NK verwendet werden. Andere Ableitungen kommen kaum vor.